Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zu dieser Videoeinheit begrüßen, wo wir uns mit rechtlichen Aspekten beschäftigen werden. Herzlich Willkommen und Mag. Lanzinger, ich trage jetzt schon seit einiger Zeit fünf Buchstaben mit mir herum und die werde ich dir jetzt geben und du machst das Beste im rechtlichen Sinne draus. Sehr gern. Cool. Die Buchstaben sind wie folgt. D, S, G, V und O. Go. DSGVO oder Datenschutzgrundverordnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten gesehen in meiner Karriere als Jurist oder in meiner Laufbahn als Jurist, dass eine Gesetzesänderung so breit in der Öffentlichkeit wirklich ankommt und so viel Diskussionsstoff auch in der Öffentlichkeit findet. Es gibt zu der Datenschutzgrundverordnung zahlreiches Wissen, zahlreiche alternative Fakten, noch mehr Halbwissen, viele Befürchtungen und die meisten davon sind einfach nicht eingetreten. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme befinden wir uns schon deutlich nach dem 25.05.2018. Wir sind konkret im August 2018 und können sozusagen sagen, okay, was von der Datenschutzgrundverordnung eigentlich übrig blieb. Die Datenschutzgrundverordnung ist eine EU-Verordnung. Verordnungen im Gegensatz zu sogenannten Richtlinien sind direkt anwendbar. Das bedeutet, wir haben eine gewisse Vereinheitlichung des Datenschutzrechts in ganz Europa. Wie ich immer sage, spannend wird hier insbesondere auch der Brexit, weil letztlich Britannien oder England jetzt ein Gesetz umgesetzt hat oder eine Datenschutzgrundverordnung, also eine Verordnung anwendet. Wenn es dann wirklich zum Brexit kommt, müssen wir das Ganze gesetzlich irgendwie anderweitig nachbilden und es wird dann noch sehr spannend zu sehen, okay, wie wird das gemacht. Was ist Datenschutzgrundverordnung? Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO hat unser Datenschutzgesetz, das DSG 2000, welches auf einer Datenschutzrichtlinie basiert hat. Eine Richtlinie ist ebenfalls ein Instrument der EU, das allerdings in ein Gesetz umgesetzt werden muss. Dieses Datenschutzgesetz 2000 hat die Datenschutzgrundverordnung abgelöst. Das bedeutet, wir haben jetzt einen kompletten Katalog, das ist die Datenschutzgrundverordnung, die wir uns zu halten haben. Allerdings, so einfach ist es auch nicht. Parallel dazu oder zusätzlich dazu gibt es das neue DSG, also das Datenschutzgesetz 2018, das jene Bereiche berührt, wo die Datenschutzgrundverordnung sozusagen keine Regelungen getroffen hat. Sehr interessant zum Beispiel, dass Datengeheimnisse, also die Verpflichtung, Daten geheim zu halten, was insbesondere in einer Arbeitsbeziehung relevant ist, findet sich in der Datenschutzgrundverordnung an sich nicht, sondern ist im Datenschutzgesetz 2018 dann geregelt. Man muss dazu sagen, dass die Datenschutzgrundverordnung eigentlich im Kern nicht sehr viel Neues gebracht hat. Es ist nur das ganze Datenschutzrecht, das halt jetzt so mehr oder weniger gut gelebt wurde, in der Öffentlichkeit einfach in die Öffentlichkeit zurückgerückt worden, ins Rampenlicht getreten und jetzt ist sozusagen alles Datenschutz, was auch manchmal ziemlich seltsame Auswüchse hat, muss man ganz ehrlich sagen. Grundsätzlich brauche ich, wenn ich Daten verarbeite, immer einen Grund. Also ich darf nicht einfach Daten horten, sondern ich muss Daten aufgrund einer Rechtfertigung, nennt sich das, verarbeiten dürfen. Das kann sein, weil mir die Person, deren Daten ich verarbeite, zugestimmt hat, weil ich das Ganze gesetzlich machen muss oder zum Beispiel, weil ich vertraglich dazu verpflichtet bin. Gutes Beispiel ist hier der Arbeitsvertrag. Beim Arbeitsvertrag habe ich Daten vom Mitarbeiter, nämlich Name, Adresse und Bankkonto ist ganz nett, wenn ich im Lohn auszahlen möchte oder Gehalt, je nachdem. Das sind Daten, die brauche ich, dass ich meinen Teil des Arbeitsvertrages, nämlich die Gehalt, die Lohnauszahlung durchführen kann, die brauche ich. Sonst könnte ich den Vertrag nicht erfüllen. Also darf ich diese Daten verarbeiten. Dann brauche ich von jedem Arbeitnehmer die Sozialversicherungsnummer. Gut, die brauche ich selbst nicht, aber ich muss ihn anmelden bei der Sozialversicherung. Da gibt es das Gesetz. Das Gesetz sagt, wenn jemand Neuwohn zu arbeiten beginnt, muss ich ihn, bin in gewisser Zeit. Also ich glaube, drei Tage, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche, muss ich ihn anmelden. Das bedeutet, da sagt mir das Gesetz, da ist ein Datum, nämlich die Sozialversicherungsnummer, die hast du einzuheben, zu verarbeiten, zu speichern und uns mitzuteilen. Also wir haben vertraglich und gesetzlich. Gut, wie schaut es dann zum Beispiel aus mit Bildern auf der Webseite, Mitarbeiterbilder auf der Webseite? Das ist schon wieder problematischer. Oder, wie wir Juristen ganz gerne sagen, es kommt darauf an. Wenn das nämlich jetzt der Außendienstmitarbeiter ist, also derjenige, der das Unternehmen nach außen repräsentiert, dann kann ich sagen, okay, das ist ja dem seine vertragliche Aufgabe. Und dann ist es sozusagen vom Vertrag umfasst, dass ich sein Bild, sein Datum auch auf der Webseite verarbeite. Also quasi ich speichere das Bild. Oder ich darf das Bild verarbeiten, um einen Mitarbeiterausweis zu machen, aus Sicherheitsgründen. Wenn ich aber sage, naja, es ist so toll und marketingtechnisch möchte ich einfach, dass alle Personen auf der Webseite sind, das ist meistens nicht vom Vertrag umfasst, sondern da müsste ich mir die Zustimmung einholen. Das heißt, überall dort, wo ich nicht die Möglichkeiten habe, nämlich primär Gesetz und Vertrag, es gibt auch noch andere Rechtfertigungsgründe, aber das sind die hauptsächlichen, da muss ich mir eine Zustimmung einholen. Das Skurrile ist das, dass jetzt kurz vor Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung, also im Mai 2018, plötzlich das Allheilmittel gesehen wurde in der Zustimmung, obwohl es gar nicht notwendig gewesen wäre. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, ich habe unglaublich viele E-Mails von Newslettern bekommen, wo ich immer sage, bei einem Drittel war die Zustimmung nicht notwendig, bei einem Drittel hat es gepasst und bei einem nächsten Drittel oder bei einem letzten Drittel war im Prinzip die Zustimmung ohnehin falsch. Weil die Zustimmung muss auch gewissen Voraussetzungen genügen. Aber letztlich geht es eben darum, unser aller Daten, wir sind jeder Betroffene, alle sind wir Betroffene, alle sind wir betroffen gewissermaßen, beides, dass unsere personenbezogenen Daten geschützt werden. Personenbezogene Daten ist jetzt nicht nur Name, Adresse, Geburtsdatum, sondern ist alles, womit ich diese Person eindeutig identifizieren kann. Und das soll also geschützt werden durch, einerseits dadurch, dass ich sage, ich darf sie nur unter gewissen Umständen verarbeiten, ich muss auch auf die Datensicherheit achten, das sind die TOMs, die sogenannten technisch-organisatorischen Maßnahmen, also ich muss es technisch, zum Beispiel mit Firewalls und organisatorisch, zum Beispiel mit Zutrittsberechtigungen sicherstellen, dass meine Daten nicht nach außen gelangen. Und, was auch sehr relevant ist, ist, dass die betroffenen Rechte erweitert wurden. Also ich habe schon im Datenschutzgesetz 2000 die Möglichkeit gehabt, wo anzufragen und zu sagen, okay, was macht ihr mit meinen Daten, warum verarbeitet ihr diese Daten, welche Daten habt ihr. Das ist jetzt wesentlich erweitert worden, das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, wenn ich denke, dass jemand meine Daten verarbeitet, mich an diese Person, an diese Einrichtung zu wenden und zu sagen, okay, welche Daten werden von mir verarbeitet, aufgrund welchen Rechtsgrundes, also was ist die Rechtfertigung dafür, also quasi der Zweck der Datenverarbeitung, die Rechtfertigung der Datenverarbeitung und auch, wie lange diese Daten aufbewahrt werden sollen. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe jetzt auch das Recht auf Löschung meiner Daten. Also wenn die Daten nicht mehr verarbeitet werden dürfen, weil der Zweck der Datenverarbeitung, also der Grund dafür nicht mehr gegeben ist oder die Rechtfertigung nicht mehr gegeben ist oder sich einfach Zweck und Rechtfertigung erledigt haben, dann sind die Daten zu löschen. Wenn wir zum Beispiel sagen, bei einem Arbeitsvertrag wäre es so, wenn die Person nicht mehr bei mir arbeitet, dann muss ich auch nicht mehr alles speichern. Ich brauche zum Beispiel sicher nicht mehr das Foto auf der Webseite. Allerdings sagt in gewissen Fällen das Gesetz, Daten müssen auch nach Beendigung eines Vertragsverhältnisses beispielsweise gespeichert werden. Zum Beispiel sind finanzrechtlich relevante Daten, also Daten über Auszahlungen beispielsweise, sind noch zumindest sieben Jahre aufzubehalten. Also die darf ich gar nicht löschen. Das heißt, selbst wenn da der Betroffene kommt und sagt, bitte meine Daten löschen, dann darf ich das nicht. Das Ganze hat also rundherum Auswirkungen, nicht zuletzt auch die Auswirkung des sogenannten Verarbeitungsverzeichnisses. Ich muss quasi jetzt intern ein Verzeichnis anlegen, wo ich sage, welche Daten verarbeite ich wo, was ist der Zweck, was ist der Rechtsgrund, handelt es sich dabei um sensible Daten. Sensible Daten sind medizinische Daten, Daten über die politische Gesinnung, Daten über die religiöse Gesinnung, Daten über die sexuelle Ausrichtung, die werden jetzt kategorisierte Daten übrigens genannt. Habe ich solche Daten oder unter Anführungszeichen normale personenbezogene Daten, wo verarbeite ich diese, wie schütze ich diese Daten und so weiter und so fort. Das ist eben das Verarbeitungsverzeichnis, das jetzt an sich jeder, der Daten verarbeitet, auch anlegen muss. Es gibt zwar die Möglichkeit für ganz kleine Unternehmen, die de facto einfach wirklich faktisch keine personenbezogenen Daten verarbeiten, auf ein derartiges Verarbeitungsverzeichnis zu verzichten, aber in Wirklichkeit muss man das jetzt anlegen. Das Ganze gibt es übrigens schon oder hat es früher gegeben. Das war das DVR, das Datenverarbeitungsregister. Also wenn man früher geschaut hat, haben ja Unternehmen eine DVR-Nummer gehabt. Das bedeutet also, es gab einen Account im DVR und im DVR wurden dann die einzelnen Datenverarbeitungen gewissermaßen gemeldet. Das DVR existiert jetzt nicht mehr, das ist abgeschaltet worden, also besser gesagt eingefroren. Es wird mit 31.12.2019 dann wirklich abgeschaltet und sozusagen diese Verpflichtung, hier die Datenverarbeitungen offen zu legen, zu sammeln, zu katalogisieren, die liegt jetzt sozusagen beim jeweils einzelnen Verarbeiter. Der einzelne Verarbeiter, das kann jetzt sein eine Firma, ein Einzelunternehmer, kann aber auch eine Organisation sein. Also auch in der Wissenschaft und Lehre sind wir jetzt vor diesen Verpflichtungen an sich nicht gefeit. Wichtig ist noch eines, dass die Wissenschaft insbesondere in der Erhebung von Daten in gewisser Art und Weise privilegiert ist, die Lehre an sich nicht. Das bedeutet also, wenn ich lehre, wenn ich Lehrender bin, muss ich an sich auch auf den Datenschutz achten. Das ist zum Beispiel dann interessant, wenn ich sage, ich zeichne etwas auf, wo ich auch Betroffene filme, also zum Beispiel meine Schülerinnen und Schüler, da sollte ich mir zuerst die entsprechende Einverständniserklärung einholen. Entweder, wenn die Schüler bereits über 14 Jahre sind von den Schülern selbst oder unter 14 Jahren von den Eltern, wobei es hier durchaus problematisch ist zur Zeit, weil es sehr starke Meinungen dahingehend gibt, dass ein Kind unter 14 Jahren eigentlich der Verwendung seines Bildes nicht wirklich zustimmen kann. Aber wie gesagt, da ist leider noch vieles im Fluss. Darf ich da kurz was vor? Natürlich. Also unter 14 kann ein Kind selbst nicht zustimmen, sondern da müssen es jetzt die Eltern tun. Und weil du jetzt gemeint hast, weil sie jetzt gerade gemeint haben, dass es vielleicht die Eltern zustimmen können, haben sie da gemeint, dass man vielleicht überhaupt nicht zustimmen kann, sozusagen. Dass überhaupt ein Bild oder ein Video von einem Kind, auch wenn es ein eigenes ist, veröffentlicht wird. Ganz genau. Also grundsätzlich. Genau, es geht in diese Richtung. Das Problem ist, dass man sagt, über 14 Jahren sind die Kinder schon ausreichend mündig, nennt man das, dass sie einfach über die Bildverwendung entscheiden können. Unter 14 Jahren sind die Kinder noch nicht mündig, um entsprechend zu entscheiden. Allerdings das Recht am eigenen Bild, das ist übrigens nicht im Datenschutz geregelt, sondern im Urheberrecht, reden wir von einem sogenannten höchstpersönlichen Recht. Und da ist eben die Streitfrage zurzeit, ob ein Erziehungsberechtigter über ein höchstpersönliches Recht entscheiden können soll. Das Ganze ist ein bisschen mehr in die öffentliche Debatte gerückt. Dahingehend, weil ja auch durchaus Eltern soziale Plattformen, soziale Medien gewissermaßen das Familienalbum benutzen und dort auch wirklich Kleinkinder ablichten, wo dann das Ganze auch in einem öffentlichen Profil passiert, was man auch teilen kann, das ist ja da eher problematisch. Das bedeutet jetzt, dass insbesondere bei Schulen und Kindergärten, insbesondere in der Unterstufe, das schon ein Thema ist. Also hier sollte man eher immer Zustimmungen einholen. Wichtig ist also das, wenn man es etwas zusammenfasst, Datenschutzgrundverordnung im Kern an einem Datenschutzrecht hat sich relativ wenig sogar geändert, gewissermaßen hin und wieder ein Modul dazu gebaut. Das Ganze hat einfach auf vollkommen neue Beine gestellt, nämlich die Datenschutzgrundverordnung. Das Ganze ist einfach jetzt wieder mehr ins Rampenlicht gerückt und die Betroffenenrechte wurden auf jeden Fall erweitert und es gibt eben jetzt diese Verpflichtung, ein entsprechendes Verfahrensverzeichnis jetzt auch zu erstellen. Was auch noch relevant ist, ist das, dass auch man auf Webseiten sehr oft jetzt Datenschutzerklärung liest, wo es im Prinzip darum geht zu sagen, okay, ich verwende gewisse Cookies, ich verwende gewisse Plugins, ich ziehe gewisse Daten von deinem Surfverhalten ab. Das ist eigentlich etwas, was nicht aus dem Datenschutzrecht kommt, obwohl es jetzt sehr stark immer wieder dort verortet wird, sondern von der sogenannten Cookie-Richtlinie, die bei uns im Telekommunikationsgesetz dann umgesetzt wurde. Da gibt es einen eigenen Paragrafen, wo das drinnen steht, diese Verpflichtung. Allerdings wird es hier noch die E-Privacy-Verordnung geben, die hätte ursprünglich gemeinsam mit der Datenschutzgrundverordnung in Kraft treten sollen, wird aber jetzt voraussichtlich erst 2019 in Kraft treten, wo dann das ebenfalls bezogen auf die Datenschutzgrundverordnung neu geregelt werden soll. Darf ich zum Abschluss noch eine Frage stellen? Wenn ich jetzt Lehrer bin, egal ob das jetzt eine Volksschule, Schule, Musikschule oder was auch immer ist, mir geht es an mich persönlich jetzt auch gerade so, und kann ich mich dann rein als Lehrer, der im August steht, darauf verlassen, dass mein Arbeitgeber, also der Leiter oder die Leitung der Schule diese Einverständniserklärungen holt, oder muss ich da dann ganz genau drauf schauen, wenn ich zum Beispiel einen Kurs halte oder eine Stunde abhalte. Und dann mache ich ein Foto von einem Kind, weil das Kollege etwas Lustiges macht oder eine gute Idee gehabt hat. Da muss ich dann das nochmal extra fragen, über 14, beziehungsweise danach, wenn es die Eltern abhören oder so, die Eltern nochmal im Einverständnis bitten. Erste Frage, zweite, muss das immer schriftlich sein oder genügt auch eine mündliche Zustimmung? Und zwar sehr gute, wenn ich will, auch relevante Fragen. Grundsätzlich als Jurist empfehle ich immer die Schriftlichkeit. Es ist einfach. Es ist jetzt nicht unbedingt vorgesehen, aber ich empfehle immer die Schriftlichkeit einfach aus Beweiszwecken. Was die erste Frage betrifft, das kommt sehr stark darauf an, nämlich wie die interne Organisation in der Schule ist. Wenn ich jetzt sagen kann, okay, da gibt es quasi einen Workflow, da gibt es entsprechende Formulare, die man ausfüllen kann, da ist man auch dahinter, dass die ausgefüllt werden, sehe ich mich als Lehrer jetzt nicht primär in der Pflicht, aber trotzdem zu einem gewissen Grad würde ich einfach darauf achten. Okay. Vor allem, es kommt auch immer sehr stark darauf an, wie dann diese Lichtbilder beispielsweise verwendet werden, ob das jetzt darum geht zu sagen, okay, das stelle ich auf eine soziale Plattform auf, das wird in einem Jahresbericht, der ohnehin nur schulintern ist, verwendet, es wird in einer Zeitung abgedruckt. Also das macht schon einen wesentlichen Unterschied, weil Zeitung hat eine, muss man trotzdem sagen, gewisse Vergänglichkeit, während das Internet einfach nicht vergisst. Gut. Dankeschön. 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 Dankeschön.